So, hier bin ich jetzt sehr gründlich durch. Wo ist der, der mich entdeckt hat? Hä? Ich höre Kampfmusik. Okay, erwischt. Also das war jetzt gerade echt mies. Ich soll mit der Tussen hier reden. Mephria. Und ich hätte erst die Genehmigung holen sollen, ich weiß. Und auch hier fehlen mir die Genehmigung. Ja, wunderbar. Boah, fast runtergefallen. Okay, drei E-Mails. Das sind die Beschreibungen von unseren drei Freunden aus der Realwelt. Das ist South Crown. Das ist... Äh, diese eine... Dinger, wie hieß der? Esmond Baza. Mr. Baza. Das ist diese Pop-Off, diese komische Tusse da. Oh. Boah, scheiße war das genau. Eine korrupte Sub-Mask. Und die Genehmigung, die ich brauche. Also zwei und drei. Weil, ah, äh, eins habe ich schon. Das finde ich schön, dass ich jetzt da die Beta-Version von habe. Das Geile ist, sie ist ja nicht mal korrupt oder so. Dank meinem coolen Viren-Scan. Yeah. Kann ich eine neue Beta-Version von irgendwas reinsetzen? Und nehmen wir das hier. Das hatte ich schon lange nicht mehr drin. Und jetzt können wir Zugriff auf diesen... Wer ist denn das? I.O.-Knoten. Ja, komm. Alle ICP-Einheiten auf dem Router-Knoten müssen deaktiviert werden. Ja, danke. Doch zuerst musst du die Kommunikations-Bits des Routers daran hindern, den Kernel zu entdecken und nach Verstärkung zu schreien. Knoten deaktiviert. Ja, danke. Vernichte die Kommunikations-Bits. Ich beobachte ihre I.O.-Sockets. Jetzt nähe, oder? Ich muss es da... Na gut. Was ein Muss-Muss sein. Hallo, Byte. Datenstrom nach Level 1, Datenstrom nach Level 2. Joa. Level up, würde ich mal fast sagen. Ich hoffe, mit deinem Diskus rumzuspielen. Sauber. Alter. So muss es laufen, Leute. So ist es perfekt. Also so sauber habe ich es noch nie geschafft, die Stelle. Normalerweise brauche ich da zwei, drei Anläufe. Weil hier ist irgendwo ein scheiß Hilfe-Tutorial, äh, Signal. Alter. Das war astrein sauber. Brauche ich die auch? Ne, die habe ich schon. Schön. Das war jetzt, glaube ich, vier Gegner innerhalb von 20 Sekunden. Unbekannte Subroutine im Gold-Status erhalten. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Und ich habe kaum noch Energie. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Mir fehlt auch nur noch eine Update-Notiz, wie ich gerade freudig feststelle. Ach, ein schöner Satz. Ja, super. Ja, super. Eh, Gesundheit habe ich genug, danke. Hier, überall alles voll mit Wachsignalen. Und es wäre ja auch ordentlich zugegangen, wenn ich jetzt... Viren-Scan, ja, danke schön. So ein Bullshit. Darf ich mal kurz stören? Ja, was gibt's? Pfeife. Das ist die letzte Update-Notiz und wir kommen da nicht rüber. Jetzt kommt eine dieser hässlichen Jump'n'Run-Passagen in dem Spiel. Auch wenn es eher Jump'n'Run-Passagen sind, kein Jump'n'Run-Passagen. Oh Gott, meine Stimme ist voll im Arsch. Liegt es an der Pepsi? Boah, das ist ja noch voll easy. Easy going, Alter. Wow. Gott, ist das mies. So, jetzt habt ihr das auch mal gesehen, wie das aussieht. Bam. Das ist so geil. Wie fett man die Tabellen legen kann. Ah. Bam. Eps, eps, eps. Geil. Echt absolut geil. Das ist 150-prozentiger Schaden. Einmal richtig abgewertet und der Gegner zerlegt sofort. JJ. Hallo, JJ. JJ. So, das erste haben wir zerlegt. Nummer drei. Ja, ich fange bei Nummer drei. Hör auf bei Nummer... ...eins auf. Und wieder eins zerlegt. Guck mal, hier. Achtung. Schaut euch das an. Bam. Haha. Boah, was ein cooler Schritt der drauf hat. Der läuft ja richtig cool. Was willst du jetzt hier? Eh. nochmal speichern. Bam, zerlegt. Das muss ich mehr früher finden. Oh, oh. Was? Ich sehe hier keine Gegner. Ich muss mit dem Viech da reden. Nein. Ja. Nein. Und jetzt finde Mafia. Haha. Ja. Nein. Ja. Und jetzt finde Mafia. Sehr geil. So, was jetzt kommt. Ist richtig schwul. Okay. Scheiße. Natürlich, guckt es euch mal an. Ist der Nachhauseweg. Weit schwieriger. Da bin ich echt, als ich das als kleines Kind zum ersten Mal gespielt habe. Verzweifelt dran. Boah, muss man da schnell sein. Alter. Boah. Alter. Heftig. Würde ich sagen, aber das sieht mir... Oh Gott. Scheiß Gegner. Ja. Nein. Ah. Das ist der Grund, warum ich... äh... habe genommen. 150... Prozent tot und so. Also, ihr wisst, was ich meine. Mann, ich bin total verpeilt. Und hat 50-prozentiger Schaden bei Abwehr von so einem Teil. Ich habe kaum noch Energie und ich finde es gar nicht geil. Hallo, du. Hallo. Haha. Geil. Danke, du. Guten Tag. Habe den Datenstrom aktiviert, der hier herausführt. Ich schlage vor, du nutzt die Gelegenheit, bevor der Kernel herausfindet, dass hier etwas nicht stimmt. Mäh, mache ich auch. Bin doch nicht blöd. Ich bin total vers. Schuld mich in trophies, DutchRite. Sie sind glücklich mit einem mindful würdungsmittel. Wo llamado ferm Grundرج.